Jede Branche hat seinen Oscar. Was wären die Quamys ohne Musik? Was wären die Oscars ohne Filme? Es ist super wichtig, so etwas zu haben, wo Leute sich daran messen können, wo sie Dinge erreichen möchten. Wer ist nicht gerne in der Champions League und gewinnt die Champions League. Man muss sich irgendwo versammeln. Die Gastronomie ist super fragmentiert. Und dort eine Gemeinschaft zu finden unter dem Mantel, wo man alles zusammenfasst, ist super wichtig.